Mh, meinsen, zum kleinen Stream-Ankündigungsvideo. Ja, Torum und ich werden heute Abend, äh, auf jeden Fall Rocket League Stream auf Powerbear mitmacht. Weiß ich nicht, auf jeden Fall wird er mit dabei sein, äh, genau wie Marco und... Ja, ich natürlich. Ja, muss ich fünfmal melden. Nein, äh, wir werden heute Abend zu viert. Schön Rocket League Stream und vielleicht sogar noch, äh, ein paar Runden Counter-Strike, wenn ich Bock hab. Vielleicht um ein paar Runden eisig, ich will so nicht auf jeden Fall werden. Erstmal um 19.30 Uhr fangen wir an mit Rocket League Stream. Und, äh, ja, links steht natürlich unten in der Beschreibung zu mir, zu Torum und natürlich auch zu Powerbear. Damit ihr es immer wieder reichen könnt, äh, wenn natürlich irgendwas früher anfängt oder später anfängt, checkt uns auf Twitter ab. Beziehungsweise folgt uns doch bitte auf Twitch, falls ihr uns zu Steam mögt. Und, oder ihr einfach bloß uns trollen wollt und uns hate wollt. Damit würde ich nochmal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis heute Abend zum ultimativen Stream von, ja, Rocket League. Jihau! Ah, nochmal ganz kurz für die, die noch dran sind. Das hier machen wir zu gerne. Ich weiß nicht, warum, aber das macht uns so welche Spaß, wenn wir auf dem Kopf sonst wo lang donnern. Aber naja. Okay. Ciao! Ciao!